Was ist die Partnerschaft zwischen dem Bistum Aachen und der katholischen Kirche in Kolumbien? Er hat diese Worte schon vor 50 Jahren in die Tat umgesetzt und teilt mit der Kirche Kolumbiens den Glauben, die Hoffnung und die Liebe. Was mich am meisten fasziniert ist die Verehrung der Heiligtümer natürlich. Sie hat für uns eine große Bedeutung, weil wir hier das Mysterium berühren können mit unseren eigenen Händen. Die Heiligtümer verweisen uns auf Jesus Christus, auf Maria, auf Johannes den Täufer. Wir können förmlich mit unseren Händen das Mysterium, das Geheimnis der Inkarnation und der Auferstehung greifen. Diese Wallfahrt stärkt uns im Glauben, sie vermehrt unsere Hoffnung und sie lässt uns mehr Liebe erfahren. Und wir machen uns mehr mehr zu lieben, die anderen zu lieben. Wir machen uns mehr zu lieben, die anderen zu lieben. Untertitelung des ZDF, 2020